Wir kommen zum 1x4 und Action. Hier die 4, es kommen also nur 4er Aufgaben. 0x4 gleich 0, 4x4 gleich 16, 10x4 gleich 40, 9x4 gleich 36, 10x4 gleich 40, 10x4 gleich 40, 3x4 gleich 12. 8x4 gleich 32, 9x4 gleich 36, 1x4 gleich 4, 9x4 gleich 36, 0x4 gleich 0, 1x4 gleich 4, 2x4 gleich 8, 7x4 gleich 28, 10x4 gleich 40, 1x4 gleich 4, 6x4 gleich 24, 10x4 gleich 40, 4x4 gleich 16, 2x4 gleich 8, 5x4 gleich 20, 4x4 gleich 16, 9x4 gleich 36, 6x4 gleich 24, 9x4 gleich 36, 2x4 gleich 8, 1x4 gleich 4, 6x4 gleich 24, 8x4 gleich 32, 1x4 gleich 4, 10x4 gleich 40, 8x4 gleich 32, 7x4 gleich 28, 7x4 gleich 28, 9x4 gleich 36, 0x4 gleich 0. Ja, eigentlich gehört auch 0x etwas dazu, denn da machen sich die meisten ihre Probleme. Gut, wie das alles funktioniert, jetzt hier nochmal die Links zum Schluss und vor allem achtet auf das Video vom Anfang der Playlist, falls ihr hier eingestiegen seid. Gut, ich wünsche euch was Schönes beim Verstehen. Tschüss!